Die Börsen stehen im Jahre 2017 womöglich vor einer Zerreißprobe. In Europa stehen viele Richtungsentscheidungen politischer Natur an. Natürlich wird der Brexit auch weiterhin ein Thema sein. Tja, und in den USA kündigt sich wohl nun endgültig die Zinswende an. Wie sollten Anleger mit diesem explosiven Gemisch umgehen? Fragen dazu jetzt an Vermögensverwalter Winfried Walter. Er ist Vorstand der Schneider-Walter und Kollegen Vermögensverwaltung in Köln. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herr Walter, ja, aber zunächst, bevor wir über 2017 sprechen, vielleicht ein ganz kurzer Blick zurück auf 2016. Auch das war ja ein Jahr mit vielen einschneidenden Ereignissen für die Anleger. Brexit, die Wahl von Donald Trump, am Ende auch das Verfassungsreferendum in Italien. Da gab es zwischenzeitlich viel Volatilität. Wie gehen Sie mit dieser gestiegenen Schwankungsbreite und auch mit den Risiken um? Wenn wir eines aus 2016 gelernt haben, dann ist es eigentlich eine ganz banale Erkenntnis. Gar nicht allzu viele Aktionen zu fahren, ganz ruhig zu bleiben. Denn ich werfe mal einen Blick auf den deutschen Aktienindex. Wenn Sie allzu viele Aktionen gefahren hätten, hätten Sie die wichtigste Phase, nämlich die ganz zum Schluss des Jahres, völlig verpasst und hätten keinen nachhaltigen Antrag in 2016 erwirtschaftet. Also die Politik der ruhigen Hand ist durchaus gefragt. Und da wollen wir natürlich auch gleich nach vorn schauen. Da richten sich zunächst mal alle Blicke auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Seit seiner Wahl Anfang November konnten die Börsen schon richtig zulegen. Donald Jones beispielsweise auf einem neuen Allzeithoch. Wie bewerten Sie denn diesen Hype? Sie haben ein schönes Wort schon in den Mund genommen, ein Hype. Es ist eben auch ein medialer Hype. Man muss da sachlich an die Dinge herangehen. Es ist sicherlich sicher, dass so ein Trumponomics, so wird es ja allgemein genannt, ein Konjunkturprogramm sein, das sich sehr positiv auf die Märkte auswirken kann. Es ist aber auch dann sicher, dass es eher ein, sagen wir mal, nicht sehr nachhaltiger Aufschwung ist, den wir da entwickeln lassen. Und eins ist auch klar, seine Gedanken im Hinblick auf Handelsbarrieren, da muss er sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Wir sind im 21. Jahrhundert, schauen sich nur ein iPhone an. Die Zuliffe-Industrie aus anderen Ländern, die darf er natürlich nicht vergrätzen, denn sonst werden die Produkte, die guten US-Produkte, vielleicht gar nicht mehr so konkurrenzfähig am Weltmarkt, wie wir uns das vorstellen. Fakt ist, der Dow Jones steht bei 20.000 Punkten. Sind amerikanische Aktien, um es mal plakativ zu fragen, damit teuer oder vielleicht gar schon zu teuer geworden? Mit der Frage muss ich mich den ganzen Tag beschäftigen. Da gibt es natürlich den berühmten Schiller KGV. Das ist je nach Betrachtung zurzeit bei 22 bis 24 und wäre damit schon im teuren Bereich. Nur, wenn man allein in die Zeit 1997 bis 2000 schaut, wo wir ganz andere KGVs dann hatten, zeigt es sich, so eine Aufwärtsbewegung kann noch sehr, sehr, sehr viel länger gehen. Mir ist wichtig, wir müssen schauen, ob ein echter Hype, also wirklich eine hysterische Kaufpanik aufkommt. Und die sehe ich in Amerika etwas, aber nur etwas und in den anderen Regionen der Welt eigentlich noch nicht. Neben den Aktienkursen sind auch die Zinsen in den Vereinigten Staaten durchaus gestiegen. In den vergangenen Monaten und in den vergangenen Jahren wiederum hatte das durchaus Einfluss auch auf die Schwellenländer. Die Börsen waren doch stark belastet, wenn man in Amerika nur angekündigt hat, die Zinsen zu erhöhen, Herr Walter. Wie bewerten Sie denn jetzt deren Zustand, also die Schwellenländerbörsen? Und vor allen Dingen die Frage ist, ob man dort dem Druck diesmal standhalten kann? Also ich glaube, wir haben ja eine längere, saure Gurkenzeit in den Schwellenländern hinter uns. Zinsen sind sicherlich ein wichtiger Bestimmungsfaktor für Börsen. Aber auch Ertragspotenziale, zukünftige Ertragspotenziale sind das andere. Und wenn ich da in die Emerging Markets schaue, da ist es natürlich so, dass der neu entstandene Mittelstand dort wirklich nach Konsum giert, weiter, wieder nach Konsum giert. Und der Yankee-Dollar ist das eine, aber die wirklich Gier nach westlichem Leben oder nach mehr Wohlstand ist das andere. Und ich glaube, wir werden hier in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gute Jahre sehen. Vielleicht noch ein Wort mehr auch zu den Rohstoffpreisen, denn wir wollen ja natürlich insgesamt auf das Jahr 2017 schauen. Greifen wir vielleicht mal Gold und Öl dort raus. Vor allen Dingen Gold hat nach drei Verlustjahren in 2016 zugewinnen können, war eine der bestperformenden Anlageklassen überhaupt. Kann man davon ausgehen, könnte man formulieren, dass man dort eine Bodenbildung gesehen hat? Das ist ein schöner Anknüpfungspunkt. Also gerade die Rohstoffmärkte, die sind eigentlich immer sehr, sehr smart und die signalisieren eben, dass den Aufschwung oder die Trendumkehr, von der ich in den Emerging Markets geredet habe, vielleicht deutlich tragender ist, als wir uns das alles bisher vorstellen können. Das ist die eine Sache. Beim Öl haben wir wirklich eine schöne Bodenbildung gesehen und das wird auch meines Erachtens noch etwas weiter gehen. Und beim Gold muss man natürlich auch eins sehen. Wir haben eine Geldpolitik, wie wir sie eigentlich in der Geschichte der modernen Volkswirtschaften so noch nicht gesehen haben. Die hat wirklich sehr viel Geld in die Märkte gespült. Und gerade in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass erste zarte Pflänzchen einer Inflation aufkommen. Also ist das, was der Goldmarkt in diesem Jahr oder wie gesagt im Jahr 2016 vorweggenommen hat, nämlich eine Art Trendumkehr, absolut gerechtfertigt. Die ist in der breiten Spanne gelaufen, aber die wird meines Erachtens noch eine ganze Weile weitergehen. Jetzt haben wir viel von Ihnen gehört, viele Ideen und Anregungen. Herr Walter, wie lautet nun Ihr Fazit? Wie setzen Sie all das in Ihren Portfolios um? Ja, also die wichtigste Sache ist, setzen Sie nicht auf Wertveränderungen in den Märkten, also dass Sie auf steigende oder fallende Märkte setzen, sondern schauen Sie, dass Sie die Wertschöpfungskraft der Unternehmen, die ja letztendlich durch die Aktien repräsentiert sind, sozusagen betrachten. Dann habe ich drei Betrachtungsebenen. Eine ist eine Währungsbetrachtung. Sie können nicht nur in einer Währung denken, im Euro. Sie müssen auch im US-Dollar denken, Sie müssen auch im Singapur-Dollar denken, Sie müssen im Hongkong-Dollar denken, Sie müssen vielleicht in einer nordischen Krone denken. Das ist also die eine Betrachtungsebene. Koreanische Won ist auch immer eine Währung, die vielleicht gar nicht enttäuschen kann. Zweite Betrachtungsebene ist, Sie dürfen nicht zu viel in einer Branche. Natürlich habe auch ich Spaß gehabt daran, dass ich jetzt in den Rohstoffen und vor allen Dingen in den Rohstofftiteln investiert war. Aber darauf achten, die Dosis macht das Gift. Ich mache Ihnen mal ein Gegenbeispiel. Wenn Sie den Dieselgate von Volkswagen anschauen, dann hat es nicht nur die Volkswagen-Aktie erwischt, sondern eigentlich fast alle Automobiltitel und vor allen Dingen die Automobilzulieferer. Also streuen über verschiedene Branchen. Und last but not least streuen Sie dahingehend, dass Sie Blue Chips haben, dass Sie aber auch mittelgroße Unternehmen in Ihr Portfolio nehmen, gern gesehen auch familiengeführte Unternehmen. und denken Sie an die neuen globalen Titanen. Und das Aller, Aller, Allerwichtigste, bei uns in Köln sagt man immer eins, bleiben Sie ganz ruhig. Ein schönes Schlusswort, da fällt mir aus meiner Kölner Zeit nur noch eine Küt wie Küt. Das kommt noch dazu. Winfried Walter von Schneiderwalter & Kollegen mit dem Börsenausblick 2017 mit vielen spannenden Hinweisen auf das, was uns ereilen dürfte und könnte. Haben Sie ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.